Musik Musik Ja, ein guter Gebetreiberium. Wir haben schon das dritte Rolle. Der Liedkern von den Torsche. Und der erste Spiel gestorben hat er schon wieder drei. Viel zu einem Teil für ein Mirko Bickel. Jetzt wieder etwas für den Rundfunk. Hallo, ich bin der Rundfunk. Auf dem Regenabend, dann können wir die Strecke auf der Strecke. Wir reichen den Weg mit den Gassen. Und dann fahren wir auch wieder vor. Und dann machen wir die Strecke auf der Strecke. Helfer einmal im Doppelsprung bitte. Helfer, klar. Hüttlein und Einsatzen. Das verlieren wir jetzt nicht alle. So, hier vorne einmal Spurstange. Schnell, dreh dich an! Hey, gut! Ja, heute wurde ein Karpus, das war der Karpus. Ja, jetzt stecken wir den ganzen Karpus an. Ja, eben die Stelle macht er wohl. Jetzt hat er es geschafft, den Karpus in der Strecke zu verbinden. Und dann sind die Karpus in der Hälfte. Und jetzt hier in der Doppelsprung, wo wir sind in der Doppelsprung. Na, Abo, hinten Nudel. Ein, hinten Nudel. Ich glaube, wir hatten das hinten in der Waste Zeit. Und vorne ist es der Felix, vor dem Rad. Vor dem Rad. Vor dem Rad. Und dann haben wir uns in den Kippings. Und die Karpus in der Hälfte. So, achtet bitte auf eure Fahrweite nochmal. Ghost in der Hälfte. Super ist es nicht in der Hälfte. Was meine Geschäfthrer sogar? Oh! Ok, das ist ja so schwer als ob seine Bevölkerung. Auch hier bin ich... Was war's für Sato? Ich bin doch eingesch Columbus! Und diese Flasbach, was ich glaube, ob das wor ist? Oh, ich hab dann Xuan, wir cardiac into die So, jetzt haben wir wieder hoch, wir haben eingedrückt, wir haben hier so gut vorbereitet, ein bisschen, ja. So, Herr Thorsten, was ist mit dem Satz schon jetzt? Also, ich glaube, hier ist dann vielleicht auch einfach die Konzentration, die kommen hier in den Rücken. Aber wo? Jetzt fängt das ja nicht, wie wir uns hier auch noch ein bisschen damit. Aber wie gesagt, ja, danke, 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 danke. Also, ich versuche natürlich auch schon viel für die Glückwunsch. Aber das tut noch nicht. Komm, Auge, hör das Auge an. Du wärst ja nicht immer bei T-Shirts, oder das T-Shirt ran. Das Auge noch nicht. Den haben wir noch zu den Rückenberichtpreise. Wir müssen uns hier gut gewählt, die noch gut zu den Rückenbericht, aber bei beim Auto Abfahren wir mal zu. Ich habe da natürlich wirklich gesehen, beide Rückenberichterreichterreichter mit dem Auge, 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 Auge. Und natürlich, das ist ein bisschen wie das Auge, aber das ist nicht, dass die Mannschaft nicht zuschränkt. So ist die Doppel, so ist die Doppel, so ist die Doppel. Wie gesagt, die Luft können wir auch schon aus dem Spiel, und man sieht einfach, dass wir jetzt natürlich eine Kontrollen zu machen. Wenn wir jetzt noch die Doppel haben, dann ist es so 10 vor 5, dann kann ich nicht sagen, die man bereits nicht geschlagen, weil die Oggenäume, die sich gedacht, der Garten ist einfach, das beste ist schon recht Vorbeer, so das zu uns geschlagen. Das ist doch auch die Zucht natürlich. Bittchen, die Jungs. Ich bin ein paar Jahre alt, die wir aus dem Land haben, die wir aus dem Land haben, die wir aus dem Land haben. Vielen Dank. Wir haben uns geschlossen, durch die Unterkommission, durch die Unterkommission, auf jeden Fall, weil wir sich auf meiner Sicht gewonnen entscheiden. Und wir haben Spaß in den Unterkommission, wo die Umzählungen erlauben. Und das ist das, was wir auch erhalten wollen einfach. Dass die Leute nach Hause stehen, verrufen, überlegeln und dann... Das ist richtig geil. Ich war mit dem Ausdessen. Ja, okay, genau. Ich bin gespannt, bitte. Ich bin gespannt, bitte. Ich bin gespannt, wie ich jetztierend bin. Ich bin gespannt, wie ich jetzt, wenn man mit dem Krochen zusammen kommt. Und wenn man Gerade informiert, ich wäre also nicht mehr, im Zusammen mit der石en Drin bênkönig ist es. Und das ist ja, ich bin klar. Und das ist ja, ich bin deutlich. Ich bin klar, ich bin klar, ich bin klar. Und ja, ich bin klar, ich bin klar und zwar nicht. Ich bin klar, ich bin klar. Und das ist ja nicht. Danke für alle. Oh, okay. Und ich bin klar. Ich habe mich nicht, das ist schonblend. Wir haben hier noch mal ein bisschen mehr von einer Flussie rein und ein bisschen Aktien. Natürlich! Wir haben hier ein paar Jahre, die wir haben. Wir haben hier ein paar Jahre. 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 Das haben wir gemacht, bevor wir uns da mal so ein bisschen wieder von Gebäuden an haben, wie wir hier unter Felix in der ersten Finale langsam an die Rüderzeit gehen. Ja, die Fahrzeit ist zu rindeln. Wir empfehlen die Sonne jetzt hier. Reiterfahren, Runderreiterreise, die Staffler. Perfekte Vorstellung hier, wo Felix Dahmer auf jeden Fall, der hier richtig gut gefahren ist, eben in diesem Rücklauf. Hier hat Herrmann wieder seine ganze Klasse bezahlt. Im Lauf 1 und 2 hat er versucht, sich jetzt zu befreien. Aber es wird gespüßt, sich jetzt in den Lauf. Aber es wird gespüßt, sich jetzt in den Lauf. Aber es wird gespüßt, sich jetzt in den Lauf. Und alle sind fertig. Und für morgen hat der Frieden Stahlmann 21. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.